Perkussion ist der Oberbegriff für das Spiel aller Musikinstrumente aus dem Bereich der Schlag- und Effektinstrumente. Perkussion ausgehend vom Händeklatschen gehört zu den ältesten Formen des Musizierens. In der modernen populären Musik sowie im Schlagwerk eines klassischen Orchesters werden die Perkussionsinstrumente unabhängig von ihrer Herkunft oder kulturellen Bedeutung kombiniert. Unterscheidungen Im allgemeinen Sprachgebrauch der Pop- und Rockmusik wird zwischen dem Schlagzeug und der sonstigen Perkussion unterschieden. Diese Unterscheidung entbehrt einer objektiven Grundlage, da das Schlagzeug eine Zusammenstellung verschiedener Perkussionsinstrumente ist, die von Musikrichtung zu Musikrichtung stark variieren kann. Allerdings erfordern Kongo, Bongos, Timbales und Maracas, um einige wichtige Perkussionsinstrumente zu nennen, spezielle Schlag- oder Spieltechniken, die ein Schlagzeuger nicht immer beherrscht und umgekehrt. Perkassive Effekte Perkassive Effekte lassen sich auch auf nicht primär dafür konzipierten Instrumenten erzeugen. Sie werden insbesondere in der Musik seit dem 20. Jahrhundert als spezielle Ausdrucksmittel eingesetzt. Sie können beispielsweise durch Klappen schlagen bei Blasinstrumenten oder Klopfen mit dem Holz des Bogens auf den Korpus von Seiten Instrumenten realisiert werden. Auch bei der Gitarre werden sie oft im Jazz- oder bei Solo-Auftritten durch Klopfen, Schlagen oder Tippen auf den Korpus erzeugt. Auch ein präpariertes Klavier kann zur Erzeugung perkassiver Effekte eingesetzt werden. Die vokale Nachahmung der Perkassion im Hip-Hop oder im modernen A-Kapella-Gesang von Vokal-Assembles nennt man Vocal-Percussion oder Beatboxing. Einige Vogelarten, etwa Spechte, können Perkassionslaute hervorbringen. Instrumente, Hauptartikel, Liste der Schlaginstrumente und Romkorps-Hächtek-Pekaschen-Axatze, Bodran, Bongos, Kabasa, Kajon, Kongo, Chimes, Davul, Dabuka, Djembe, Gatam, Gon, Kanjira, Löffel, Marimba, Meritangam, Shekere, Tabla, Taiko, Tamburin, Tamtam, Timbales.